Andi, komm runter da. Der Weg vom Mittelkreis zur Bank, das ist bei dir schon eine eigene Folge von Walking Dead. Hör mal, ich bin heiß wie Frittenfett. Endlich geht es wieder los. Und diesmal wird nicht so ein laues Lüftchen durch die Bundesliga, nee. Das wird so ein richtiger Harry Kane. Er macht gleich mal in seiner Karriere da weiter, wo er aufgehört hat. Erste Spiel, 0-3, Supercup verloren, Kane-Titel. Ich glaube ja sowieso, der Kane, der kommt bei den Bayern erst richtig an, wenn Oktoberfest losgeht. Und er die erste Mal spielt, oder weiß nicht, was er drin in seinem Hals hat. Dabei, der Kane hat gesagt, er findet das total toll, dass so viele Spieler bei den Bayern fließend Englisch sprechen, weil er will das jetzt auch lernen. Und die größte Sorge der Engländer ist ja, Harry Kane verheiratet, Frau schwanger, Kind kommt in München zur Welt. Für wen spielt das jetzt? Für England? Oder am Ende noch für Deutschland? Ja, bei der aktuellen DFB-Situation, wir nehmen alles. Das ist, ob es ein kleiner Harry oder eine Harriet wird, wäre das egal. Die darf sogar am Ende in der deutschen Nationalmannschaft oder der, die Elfmeter schießen. Stefan, echt jetzt? Wenn ich dich hier spielen sehe, in der Halbzeit kriegst du einen Zehner, dann kaufst du mal für unsere Ballpumpe neue Luft. Can you believe it? Can you? Denke ich mir auch immer, wenn ich den Thomas Tuchel da am Seitenrand so rumstrangeln sehe. Der Kane, der denkt bestimmt, wir haben vier Wochen lang nicht trainiert. Ne, das sieht aus wie acht. Du hast ja ganz andere Probleme. Torwart, Fragezeichen. Ulreich im Tor, Kane im Sturm. Du ziehst doch auf den Formel-1-Boliden auch keine Holzräder auf und sagst, hör mal, das Ding gewinnst du aber locker. Der Tuchel merkt so langsam beim FC Bayern, oh, ich habe ja gar nicht das letzte Wort und das alle einige sagen und alle wollen mitreden. Die aktuelle Tuchel-Taktik, ne, die ist für mich so glaubwürdig und so konstant wie ein Chamäleon, was du zum Pokern schickst und dann ernsthaft denkst, ich gewinn. Weil beim Chamäleon, da sieht man ja nicht, welche Karten er auf der Hand hat, die Farbe. Ja, aber beim Tuchel noch ein Problem. The Holding Six. Ist nicht, wenn du mit dem Sixpack hier über den Platz rennst, ne. Ne, geht um Kimmich, der will acht, der andere will sechs, der will sechs, der will, ja. Ne, vielleicht wird es Zeit, dass der Tuchel mal in Deutschland Achter kommt, ne. Dann geht es nicht mehr um acht oder um sechs, aber beim Achter kannst du Schulzug rudernd. Wobei der Tuchel maximal Steuermann. Ferdinand, du hast auch kein Blümchen-Sex, ne, weil du Heuschnupfen hast. Das ist halt mein Tipp für den SV Werder Bremen. Ablenkung beim Auftaktspiel ist entscheidend für die SV Werder Bremen-Fans. Macht das mit der Brottwee-Taktik. Die Kulisse muss ablenken. Weißt du, schon mal ein Brottwee? Wenn du da stehst, das erste Mal denkst du, boah. Boah, Alter. Was ist denn hier los? Das blinkt, alles so hoch, ne. Und zack, Portemonnaie weg und vom Taxi angefahren. Hallo, kommst du hier, fahre ab da. Ja, und bei Auftaktspiel Bremen gegen Bayern muss natürlich die Nationalämnde präsentiert werden. Da habe ich gesagt, komm, Merlene Fischertubel. Sie sehen mich deutlich, wollten sie nicht, ne. Jetzt nehmen sie The Boss Horse. So eine Country-Version, ne, für eine deutsche Nationalämnde. Blümenglanze dieses Glöckes. Deutsches Vaterhull. Oh, yeah. Patrick, jetzt lauf doch mal. Oder glaubst du, Speck schmeckt nach Salz, weil die Schweine beim Schlachten geheult haben? Oder was? Aber wer kann dem FC Bayern diese Saison dann was erreichen? Das ist ja die Frage. BVB, Leipzig, ne, 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 ne. Mein Geheimtipp ist Union Berlin. Ja, sicher. Den Goßen schon verpflichtet, Volland ist im Anmarsch. Macht irgendwie taktisch ein bisschen mehr Sinn, als einmal 100 Millionen Euro auf den Tisch zu knallen und sagen, den einen holen wir. Und das war's. Denn Union Berlin ist der wahre Big City-Club. Das kann ich euch sagen. Urs Fischer und Co. die handeln nämlich nach der Taktik. Läufst du nur der Herde hinterher, siehst du am Ende nur Ersche. Herrmann, pst, was liegst du denn auf dem Rücken? Bist du eine Schildkröte, die auf eine Limbo-Party geht? Oder was? Ja, und für alle Damen, die sich jetzt nicht für Fußball interessieren, da fängt natürlich jetzt wieder eine harte Zeit an. Der guckt nur Champions League, Bundesliga, Zweite Liga. Der interessiert sich überhaupt nicht mehr für mich. Ich bin für den wie Luft. Mädels, wenn ihr mal einen haben wollt, der wieder richtig für euch kämpft, der alles für euch gibt, dann macht mal folgendes. Dann nehmt ihr das Telefon und ruft an bei der DAZN-Hotline. Wenn du den Typen da dran hast, sagst du, ich will unser DAZN-Abo kündigen. Na nie, hat einer so für dich gefeitet. Ach ja, meine Herrmann, sagte er letztens zu mir, Trainer, ist ja mal aufgefallen. Im Märchen und selbst in der Bibel sind immer nur Äpfel vergiftet. Aber nie Schnitzel oder Würstchen. Ich so, genau, Herrmann. Hat so viel zugenommen, hab ich zu ihm gesagt, so, du sagst mir jetzt mal, musst ja kontrollieren, die Spieler, ne. Was ist denn zum Frühstück? Sag ran, komm. Er so, ja, 500 Gramm Magerquark. Das ist doch top. Vier Mandarinen. Geht ja auch noch. Ein Ei. Okay. Ja, und 75 Gramm Butter, 110 Gramm Zucker und 200 Gramm Mehl. Wat? Das ist doch ein Rezept für den Käsekuchen. Kevin! Boah, der ist so hohl. Sein Auto wurde letztens geklaut. Und die Polizei so, konnten sie die Dieb in ihrem Fahrzeug identifizieren? Und er so, nee, aber ich hab mir das Kennzeichen gemerkt. Okay.